Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich Ihnen heute unsere neue Armaturenserie F4 LT Med vorstellen zu können. Sie ist für das Gesundheitswesen und wir haben sie zusammen mit Hygienikern, Technikern und Betriebsleitern von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gemeinsam entwickelt. Wir haben deswegen auch insbesondere die Bezeichnung Med hinzugenommen, weil es doch ein anerkannter Begriff der Branche ist. Diese Armaturen fokussieren ganz stark auf die wichtigsten Aspekte von hygienisch sensiblen Bereichen, nämlich Ergonomie, Sicherheit und Reinigungsfreundlichkeit. Bei diesen Armaturen haben wir die Technik von unserer F5 Serie mit aufgegriffen. Da gibt es bereits im gewerblich öffentlichen Bereich die F5 Serie mit integrierter Mischkartusche und auch die haben wir hier in der F4 Armaturenserie mit integriert. Das Besondere ist eben, dass hier ein Zusammenspiel von Thermostatfunktion und der bewährten Keramikscheibentechnik zusammenspielt. Das ist eine ganz klare Besonderheit und das Ergebnis ist, dass sicherlich ganz klar nach Hebestellung der Wasserfluss bestimmt werden kann, aber auch jede Temperatureinstellung verbrühsicher gewählt werden kann. Unter dem Begriff Therminsight ist eben zu verstehen, dass bei jeder Hebestellung die gewünschte Wassermenge zur Verfügung gestellt wird, aber auch jede Temperatur verbrühsicher aus der Armatur dann austritt. Das heißt anders ausgedrückt, jede Temperatur ist konstant und schwankungsfrei zur Verfügung. Hinzu kommt ein Temperaturanschlag mit Verdrehsicherung. Das wird bei der Inbetriebnahme individuell eingestellt und auch ein ganz wichtiger Aspekt ist die Sofortabschaltung der Armatur beim Entfall von Kaltwasser. Und darauf sind wir eben besonders stolz, dass wir hier von einem echten thermostatischen Verbrühschutz sprechen und nicht von irgendeinem Pseudo-Effekt. Aus hygienischer Sicht kommt hinzu, dass bei den Duscharmaturen hohe Kaltwassertemperaturen vermieden werden sollen und wir deswegen die Kaltwasserleitung vom Armaturengehäuse entkoppelt haben, sodass keine Wärmeübertragung stattfindet. Und die Kaltwasserleitung ist zudem auch mit Isolierbausteinen vom Gehäuse entkoppelt. Das Gehäuse selber ist ein Safe-Touch-Gehäuse, also dass es dort bei der Berührung auch nicht zu unerwünschten Verbrühungen kommen kann. Vom Material her betrachtet haben wir die Ausführung mit bleiarmen Messing durchgeführt, 0,2% Unterschreitung und die Oberfläche der inneren Wasserführung sind eben auch nicelfrei ausgeführt. Ganz besonders in der Anwendung ist noch mit zu berücksichtigen, dass wir hier eben eine ergonomisch ausgeführte Hebelkappe haben nach dem Bügelprinzip und hier im vorderen Bereich die Anhebung erlaubt eben auch bei eingeschränkt manueller Fertigkeit eine einfache Bedienung der Armatur. Hinzu kommt hier vorne die basaltgraue Beschichtung, die natürlich ganz klar einen optischen Effekt hat und so auch aus visuellen Aspekten eine einfache Nutzung der Armatur ermöglicht. In dem Zusammenhang kann man wunderbar auch hinzuführen, dass die Armaturen der F4-Linie natürlich klasse einhergehen mit unseren barrierefreien Mineralguss-Waschtischen hier über Varioscare dargestellt. Ein toller Nebeneffekt nochmal bei den Armaturen ist, dass die Kartusche es eben ermöglicht, dass wir auf einen sonst erforderlichen Rückflussverhinderer verzichten können, somit wiederum einen Baustein weniger haben, der zu einem erhöhten Verkeimungsrisiko führt. Alles in allem eine besondere Armatur für besondere Situationen und abrunden kann man natürlich bei den Duscharmaturen noch hinzufügen, dass wir auch eine passende Handbrause sowie Brausestange im dazugierigen Zubehörprogramm mit aufführen können. Vielen Dank.